hallo liebe leute ich bin der redwolf mit der boycart oder dem boycart was ist die richtige grammatikalische aussage davon ich habe den duden angeschrieben aber nie eine antwort bekommen na so ein misst aber auch ok ihr seht hier was wir spielen nämlich die neue superhostile 11 von vex auch genannt leffen mir wenn ich das richtig ausspreche ich weiß es nicht ja ist halt wie standardmäßig eine komplette monument map und wir müssen wolle finden gray und eisen und eisen und ja genau die erneuerung hierbei oder die neuerung ist continental style map das heißt es ein riesiger kontinent wo verschiedene sachen sind wir müssen überleben und erkunden also has its fair share of dungeons ja dungeons wie gesagt alles dabei if your friend if your friends place variant a you should try variant b and c ja genau es gibt mehrere varianten wie man das alles lösen kann loot chests und spawners sind randomisiert und ich weiß nicht welche version ich runtergeladen habe das kann ich euch nachher noch sagen ja while i can't hold what can't spawn i have no idea what actually is in each chest or spawner the different lateral versions have different loot spawns for example one a hand one b have different random loot ja wie gesagt also wir sind ein bisschen unterschiedlich von not her und wir müssen hauptsächlich erkunden und sachen entdecken und das victory monument finden was wir vielleicht als erste aufgabe machen sollten ich bin dafür wir gucken uns erstmal da hinten das frack an mit dem wir anscheinend gestrandet sind genau in der hoffnung dass da vielleicht schon wolle oder sonstiges ist man weiß es ja nicht ach ja und ich kann den regen übrigens nicht ausschalten sonst hätte ich den gerne am anfang der episode zumindest ausgeschaltet aber nur denn ihr müsst mit dem prasseln leben ich verstehe alles ohne probleme ja wir spielen 100 prozent legend ja mit einem bucket server da unten geht es rein da ist eine truhe mit ganz viel zeug drin ich sammle das mal schnell auf bevor ich ertrinke hoff ich schon zum glas da müsste luft sein nein ist nicht verdammt ich ertrinke ich bin schon draußen huu geschafft du bist voll der pro hast du alles rausgeholt ja ja ich geb das dann gleich ab wenn wir drüben wieder sind war guckchicken drin paar rüstungsteile paar blöcke hier gehts irgendwo runter ein bisschen netherwatch hier ist noch ne kiste weiter unten und ich ertrinke gleich schon wieder ja da bist du gut drin so nochmal ich will zu dieser kiste hier unten du schaffst das schon ich schwirr mal wieder an land ja ja verpiss dich nur ja da ist ne schaufel unter anderem drin gewesen oh 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 ich ertrinke schon wieder guckchicken war drin es sind zwei schwerter drin gewesen ja eine schmucke lederkappe ja ich bring jetzt stone bricks bricks wood äh holz ähm federn ne käppe und äh 5 bottle of enchanting mit oh oh können wir uns da gleich mal noch ein paar tools machen wenn du ja holz hast genau das war die idee ich glaub warte mal ich hab noch eine wooden hoe sugar canes cooked chicken melon oh wir können melon seeds machen ausgezeichnet möchtest du das ich kann dir schon mal ein schwert geben ich behalte natürlich das eisenschwert ganz klar mhm und hier du kriegst aber dafür die bessere rüstung uh ich hab noch ne lederkappe auf jeden fall ja die hatte ich auch wunderbar aber ich bin in geber laune weißt du ah dafür hab ich noch nen cookie mohaha und nether ward ok crafting table ähm hau mal ein paar stickies raus ich geh schon mal da hoch und töte mal so ein bisschen die rindviecher ja 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 ich mach einfach mal zwei äxte und bin ich so kann ich und ich hole uns wolle für betten ah das sind stone bricks äh ok ich kann mach ne wuden dings und eine axt ok ich komm hoch wir können uns schon mal irgendwie entweder bauen wir uns hier ein Haus hin oder suchen erstmal das victory monument was ja ich wär glaub ich dafür ich wär auch eher dafür dass wir das victory monument grad mal suchen und uns dann da das Haus anbauen irgendwie ja ich besorg grad wolle für zwei betten kleine zwischenstation und ein bisschen fleisch und so hier sind nämlich ein paar viecher die man töten kann komm her du schaf oh was ist denn da ja ich hab jetzt sechs wolle beisammen wunderbar äh du also ich hab hier noch ne karte aber allerdings sieht man da drauf nicht wo das victory monument ist mhm ich würde sagen wir laufen erstmal geradeaus oder wo ist geradeaus für dich also vom strand aus geradeaus hier ist ne ne see ja ich komm zu dir im moment wuhuu uuuh ich mit meinem Waldschwert das ist aber sehr idyllisch hier ja ruhig gehalten mal abwarten was noch alles kommt ich hab da vorne schon Zombies irgendwo gehört hier vorne sind noch ein paar mehr Schafe und Sugarcane ah einsammeln brauchen wir alles alles Schaf ist grad voll auf mich zugerannt als wenn es mich angreifen wollte wächst es so böse oh diese bösen Schafe ja de 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 hinten scheint auf jeden Fall im Wald zu sein und ein paar Pumpkins gibt's auch dann sollten wir doch da mal schauen ich hole uns noch mal ein bisschen Schweinefleisch Wolle brauchen wir jetzt eigentlich keins mehr wie viel Holz hast du oder wie viel gar keins ich brauche ein paar Pumpkins raus wir hätten doch einfach das Holz von dem Schiff nehmen können né Ja, ist mir jetzt auch so eingefallen. Wäre gar nicht mal so unschlau gewesen. Toll, die macht ein halbes Herz wieder. In halbem Hunger. Ja, die Kuppies sind sehr unsinnig. Wie wäre es, wenn wir uns einfach Nähe des Waldes schon mal so eine kleine Hütte hinbauen? Ich meine, wir brauchen das Wikilemonument ja nicht unbedingt in der Nähe. Wir können ja dann immer noch umziehen mit dem Zeug. Ja, dass wir einfach so eine kleine Minibasis haben um zum, zum, um zurückkehren. Ich töte noch Tiere. Das, was ich am besten kann. Ja, ich sammle Samen für was auch immer. Können wir uns eventuell in der Lederrüstung basteln? Okay. Die Ho, 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 Ho. Ho, Ho, Ho. Aber ich verbrauche so auf jeden Fall ganz schön viel Ausdauer, wenn ich die ganze Zeit rumsprinte. Ja, nee, es geht mir eh nicht. Darum habe ich das Rumsprinten auch gerade aufgegeben. So, wo bist du jetzt? Du bist in Richtung Wald gelaufen, ne? Ja, ich habe ja genug Fleisch jetzt dabei. Das müssen wir nur halt irgendwie in den Ofen kriegen. Ja, wir hätten uns vielleicht eine Stelle aussuchen sollen, wo auch, äh, Eisen, äh, Stein ist. Aber wir können ja einfach mal nach unten graben und hoffen. Oh. Ich habe hier unfreiwillig ein paar Samen aufgesammelt. Ja, bring die mit. Wir brauchen die. Weil das eine Schaf mir nicht, äh, vor die Flinte laufen wollte. Boah, sind das viele Tiere. Bauen wir uns ein wunderschönes Haus hier hin. Ja, ist so ein bisschen, wächst untypisch, ne? Mit diesem Survival-Style irgendwie. Ja, dezent. Aber er hat ja gesagt, er will mehr solche, oder ich habe es mir eben mal durchgelesen, er will das irgendwie öfters jetzt machen. Mhm. Weil es einfach ein interessantes, äh, ja, Handling ist, was er so sonst noch nicht hat. Ja, vor allen Dingen finde ich es auch besser, weil, äh, so kommen auch mal, oh, da hinten sind ein paar Viecher, kommen auch mal ein paar unterschiedliche Let's Plays zustande. Ja. Also machen nicht immer alles gleiche. Das stimmt. Ja, vor allem mit den unterschiedlichen Varianten dann von den einzelnen Maps entsprechend. Ich glaube, wir müssten hier auch ein bisschen Wasser hinkriegen, damit das Zeug wächst, oder? Nee, brauchst du nicht. Okay. Eigentlich, glaube ich. Ah, hier sind wir bei einem Monster. Wen wundert's? Ja, sagen wir mal einfach ein bisschen Holz, damit wir das in den Ofen machen können. Ja, ich mache gerade, äh, Truhen. Ja, Koppel wäre ganz gut, ne? Ja, das ist auch gerade, äh, das, was mir auch eingefallen ist, und dann, hm, blöd. Es wird auf jeden Fall dunkel, das heißt, wir sollten das Ganze mal so... Äh, Fackeln, Beleuchtung, ah. Ich mache ihn mal zu. Oh, ja. Du hast auch noch Stein, das ist gut. Ich habe auch noch Stein. Ah, nee, du hast den Stein da rausgenommen. Hehe. Nee, nee, das war meiner. Oh, okay. Dann ist noch Stein in der Kiste drin. Ich trabe mal, grad, äh, nach unten, in der Hoffnung, dass ich irgendwo Dings finde. Ich lasse sie mal die Axt hier. Aha. Braucht auf jeden Fall noch Wolle Stein, damit ich das Dachzug regle. Ich glaube, das wird hier dann sonst ein bisschen ungemütlich, in Sachen Monstern. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich hoffe, er hat nicht so viel Erde genommen, dass hier noch irgendwo Stein kommt. Ja, hier kommt Stein. Wunderbar. Wird mitgenommen. Home-Suite-Home, sage ich da nur. Home-Suite-Home. Äh, pff. Gleich haben wir auch zwei Betten. Ah. Ich komme mit ein bisschen Stein nach oben gleich, dann können wir auch, äh, Kohle machen. Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Ich habe uns ein schönes Doppelbett gezämmert. Wunderbar. Ich mag Doppelbetten. Über die Tür hätte vielleicht noch... Oh, ich habe Kohle gefunden, ausgezeichnet. Noch viel besser. Ja, ich... Ach, wir haben noch keinen Koppel, ne? Den bringst du mit, oder? Den hole ich gerade, ja. Und Kohle auch. Für Fackeln. Im Allgemeinen. Mhm. Ganz gut. Ich habe auch noch eine Steinhure. Ja. Ja, ist ein bisschen dunkel hier drin. Ich habe jetzt aber auch keine Lust mehr rauszukommen. Moment, ich bin, äh, da. Uh. Und ich habe... Licht. Wow. Uh. Kannst du da hinten mal einen Ofen hinmachen? Dann kann ich schon mal das Fleisch reinwerfen. Mhm, jup. Einfach die Kohle gleich mit rein. Oh ja, Moment. Ich mach gerade noch einen zweiten Ofen. Sieht ja schön aus. Ja, ja, mach's halt besser. Oben in den muss noch eine Kohle rein. Ich hab keine Kohle mehr. Das ist so gut. Haben wir noch Holz? Ja, ich hab Holz. Äh, ich kann unten Holz reinmachen. Dann sollten wir uns schlafen legen. Mhm. Im schönen Doppelbett. Juhu. Eins. Hurra, eins. Ja, warum nicht? Mach mal die. Wo hast du denn gegraben? Da hinten brennt ein Skelly. Skelly, Skelly. Oh, da sind Endermänner. Hast du Holz gerade noch da? Kannst du mir ein bisschen was geben? Ich will nochmal... Pauf Sticks. Vier. Ja. Ich geh nochmal welches schlagen. Ich hoffe, ich sterbe dabei nicht. Ich will grad, äh, Steintools machen. Hab. Da müssen eigentlich auch mal ein paar Leute zusammenkriegen und so eine Ultra-Hardcore-Series spielen. Ja, es ist aber so schwer, Leute zu finden, die auch wirklich Lust dazu haben, finde ich immer. Ja. Mhm. Das ist schon lustig. Ich hab da so eine Seite über das Mindcrack Reddit gefunden. Da kannst du dir auch, äh, alle vier Videos gleichzeitig angucken und die werden halt auch gleich synchronisiert. Okay. Äh, das ist nicht schlecht. Ja, wenn du so eine Fan-Community um dich rum hast, ist das schon, glaub ich, ziemlich geil eigentlich. Ja. A, nimmst dir viel Arbeit ab, dann macht's auch wieder eigentlich mehr Spaß, Content zu produzieren, weil, du weißt, es wird halt von Leuten auch geschaut. Oh, da sind Creepy. Creepy, creepy. So. Oh. Ist ja hin. Das macht mir irgendwie Angst, dass ich nicht mehr sehe. Verschwung. Hm. Hm.